Servus liebe Leute und willkommen zum nächsten Leather Game. Wir haben heute mal wieder die Gruftkönige dabei. Und das ist jetzt glaube ich mein zweites Spiel mit den Gruftkönigen. Und bisher, weiß nicht, muss ich mich erstmal so ein bisschen reinfinden. Diesmal habe ich so ein bisschen einen ziemlich heftigen Fernkampfbild dabei, aber auch mit Wägen. Bin mal gespannt wie das jetzt laufen wird. Ähm, ja, mal gucken. Also die Frontlinie besteht ausschließlich aus Skelettkriegern. Also extrem billige und schrottige Frontlinie, die auch verlieren wird. Dann haben wir noch Arkan, den Schwarzen dabei, der den Heilzaube hat. Mit dem will ich so ein bisschen durch die Frontlinie durchchargen hin und her. Und von da aus dann auch immer so ein bisschen die ganzen Todesmagiezauber rausballern. Dann haben wir zwei Wägen dabei, mit denen will ich die Bögen der Dunkelelfenblatt machen, gegen die wir spielen. Und ich habe zwei von diesen Uschabti-Bogenschützen hier dabei. Mit denen will ich seine Monster angreifen. Und ich habe eine Sphinx dabei, mit der ich seine Monster angreifen will, die bei meinen Uschabti-Bögen landen. Deswegen gehe ich mit denen auch mal hier hin nochmal. Ähm. Und dann habe ich noch die beiden Geier hier. Die Geier will ich dafür nutzen, um seine, auch seine Bögen anzugreifen. Und jo. Schauen wir mal, wie die ganze Schose jetzt hier laufen wird. Und, ähm, mein Gegner ist Zensch. Ähm, netter Kerl. Ähm. Wollte ich jetzt sagen, wir legen los. Okay, er hat in der Frontlinie Korsan der Schwarzen Eiche, die uns ganz schön gefährlich werden können. Aber er hat auch viele Bogenschützen dabei und Hexenkriegerinnen und Schwarze Garde von Nagarond. Okay. Echsenreiter und, ähm, solche Dudes hier. Und ich würde sagen, wir gehen mal ein Stückchen vor. Gehen wir mit den Geiern hier rüber. Vielleicht zieht er uns ja nicht. Aber er kommt jetzt auch nicht und ich... Ah ja, da sind, da sind jetzt seine, seine Repetier-Bogenschützen, seine Repetier... Ähm. Reiter. Gegen die haben wir unsere Bögen dabei. Da können wir uns schon mal ein bisschen ausrichten. Ähm. Er will jetzt die Skirmischen, aber das wird er nicht so gut hinkriegen, hoffentlich. Einfach aus dem Grund, weil wir unsere Bögen dabei haben. Und zwar nicht zu knapp. Ähm. Und... Ja. Bögen sind immer, ähm, im Vorteil, wenn es darum geht, ähm, gegen Skirmish-Kavalerie zu kämpfen. Definitiv. Okay, er kommt jetzt vor. Ähm. Wir richten mal zwei unserer Bogenschützen hier wieder aus. Hier richten wir die mal so aus. Unsere Geier kommen jetzt mal hier rein. Und, ähm, die Ushabti, die kann mal hier auf den, auf die Kavalerie schießen, so wie auf die Bögen. Hier können wir mal raus, Schab... Ne, wir, wir bleiben einfach stehen, ist okay. Arkan, der kann mal einen, der kann die Kavalerie gleich mal platt machen, weil die Kavalerie, die nervt mich so ein bisschen. Dann machen wir gleich mal den Fate of June da drauf. Ähm. So. Okay. Arkan. Hier folgen wir uns unseren Ushabti auf seine Weiterei. Die jetzt auch schon, ähm... In Weiterei ist. Und hier kommen wir mal rum. Die... Geier holen sich seine Bogenschützen. Unsere Wägen kommen jetzt trotzdem mal rum, auch wenn ich weiß, dass die, dass die Gefahr laufen könnten, hier, ähm, ziemlich gefickt zu werden. Arkan geht jetzt mal weg. Äh, in die Sicherheit seiner Ushabti ist hier runter. Ähm, unsere Bögen. Vorhin hier nochmal rein. Hier will ich mal weg. Arkan kann nochmal einen... Kann jetzt mal in die Frontlinie gehen und den... Und den Auftrag ausführen, den er ja hat. Und hier kommen wir mit unseren Bögen rein. Ushabti ist vorhin weiter auf Malekid. Die... Die... Sphinx hier, die holt sich auch Malekid. Und... Äh, die Wägen hier, die gehen mal hier rein. Arkan ist hoffentlich jetzt schon langsam hier im... Ähm... Mitten im Kampf drinnen. Kann auch nochmal ein Spirit DJ casten. Und fährt mal hier noch weiter durch. Oh nein, unsere Wägen sind hier ein bisschen festgehalten worden. Äh, warum sind die Ushabti eigentlich nicht am Schießen? Eigentlich sollten die auf Malekid feuern. Kriegshilber verfolgt ihn auch. Arkan, äh, holt sich so ein bisschen die Wägen. Das ist cool. Die Wägen hier können weiterfahren. Und die anderen Wägen... Die sind hier ein bisschen... Die hängen hier dazu ein bisschen fest. Das ist schlecht. Ähm... Nein, Arkan steht bei den... Bei den Hexenkriegerinnen. Die will ich eigentlich... Das will ich eigentlich gar nicht haben. Von jetzt müssen wir auch aufpassen mit Arkan. Weil... Weil wir wollen nicht, dass Arkan uns wegstürbt hier. Äh, deswegen fahren wir jetzt einfach mal... Fahren wir ihm einfach mal ein bisschen davon. Unsere Wägen müssen wir weiter managen hier. Weil die werden... Die sind jetzt gerade über den Hexenkriegerinnen. Verdammt. Wir sind halt sogar keine Hexenkriegerinnen gewesen. Aber ist okay. Alles gut. Alles gut. Ähm... Seine Korsanen machen natürlich jetzt ein bisschen Ärger hier. Ähm... Aber ich muss jetzt halt... Ziehen muss es jetzt sein, seine... Seine... Schlüsseleinheiten auszuschalten. Ähm... Unsere Ushabti, die bringen wir mal hier hinten hin. Und dann können wir mal einen kleinen Zauber hier auf seine... Korsanen einfach machen. Ich denke mal, das sollte eine ganz gute Sache sein. Können wir hier mal reinscharchen. Die Hydra... Äh, die Sphinx geht man zu... Malekit hier hinter. Und versucht mal gegen ihn zu kämpfen. Weil ich würde ihn eigentlich gern mit so ein paar Charges ausschalten jetzt. Aber leider sind unsere Wägen tatsächlich schon down gegangen. Bisschen ärgerlich. Die Wägen sind irgendwie nicht so prickelnd, habe ich das Gefühl. Ist ein bisschen ärgerlich, weil ich eigentlich gerne mit den... Ähm... Cycle Charges und hoffentlich kriegen wir... Malekit auf die Weise irgendwie ein halbwegs fertig. Auch wenn da die schwarze Garde ist. Mit denen müssen wir eigentlich trotzdem klarkommen. Und die Ushabti feuern jetzt mal weiter auf Malekit. Nehmen wir jetzt mal raus. Arkan kommt hier wieder vor. Die Ushabtis, die nutzen wir jetzt einfach mal im Fernkampf. Und mit der Hydra hier, da machen wir einfach ein paar Cycle Charges. Hier feuern wir mal auf die Pferde. Arkan holt sich da nochmal welche. Ein paar... Ähm... Kudis. Die Hydra müssen wir nur aufpassen, dass die nicht bei den... Bei den Hexenkriegerinnen bleibt. Weil wenn die jetzt hier... Ähm... In Verarsche gerät, dann wäre es ein Problem für uns. Ähm... Malekit wird beschossen, das ist gut. Und Arkan geht nochmal hier rüber. Der macht einfach ein bisschen Ärger. Kriegshydr ist entkommen. Wunderbar. Sehr schön. Malekit wird weiter beschossen. Hier... Gehen wir mal ein Stückchen zurück. Ziehen wir uns mal zurück. Arkan geht hier mal rein. Macht einen... Oh nein, die Kriegshydr ist gecatcht worden. Ähm... Jetzt bräuchte man eigentlich noch so ein bisschen einen... Zauber, mit dem wir... Die Kriegshydr beschützen können. Entweder den Fate of Pihuna oder... Ähm... Irgendwas anderes. Ähm... Nicht die Kriegshydr. Ich rede da unten von der Kriegshydr. Ich meinte eigentlich die... Ähm... Die Kriegsphynx hier. Ähm... Fate of Pihuna wäre halt jetzt cool, aber der kostet glaube ich 18 Mana. Ich will aber auch da nicht rein chargeen. Auf gar keinen Fall. Ähm... Ich würde sagen, die Kriegshydr, die haben wir gesehen. Das war's mit ihr. Leider... Ah, sie ist rausgekommen. Sehr schön. Jetzt muss sie... Jetzt müssen wir da auf jeden Fall entkommen. Und Arkan muss auch hier raus. Er darf auf keinen Fall gefangen werden. So, unsere Ushabti feuern hier mal rein. Und schützen Arkan. Ähm... Die Ushabti sind eine ziemlich coole Einheit, finde ich. Ähm... Unsere Bogenschützen feuern hier mal auf die Hexenkriegerinnen. Und... Jo. Dann gucken wir mal, dass wir hier so ein bisschen wegkommen. Ähm... Mit unseren Bogenschützen feuern wir mal auf die Repetierampel hier hinten. Und hier rennen wir einfach ein Stückchen weg. Arkan kann auch wegrennen. Ich glaube, Arkan heilt sich auch, wenn ich mich nicht täusche. Hat der Regeneration. Mal kurz schauen. Ich sehe jetzt nichts irgendwie. Egal. Hier rennen wir einfach noch ein Stückchen weg. Und schießen einfach. Und... Wir schießen und... Und rennen weiter. Ungefähr so. Die Kriegs-User kann hier mal auf die... Auf die Hexenkriegerinnen gehen. Und Arkan geht hier mal rum. Hier feuern wir mal auf die... Auf die... Nein, aber Arkan darf uns jetzt hier auch nicht wegsterben. Das wäre doof. Das wäre doof. Hier gehen wir mal noch weiter weg. Hier gehen wir mal so ein bisschen hier durch. Die Krieger... Äh, die... Die Snackro-Sphinx geht mal auf die Bogenschützen hier hinten. Arkan muss hier ein bisschen mit Pfeile dodgen. Wie viel Leben haben wir denn noch? 500? Ähm... Okay. Die Ushab, die kämpfen mal gegen die Hexenkriegerinnen. Ich denke, da müssten sie eigentlich gewinnen. Und... Wir rennen hier weiter. Und der Necro-Sphinx. Ja, die dürfen hier ruhig jetzt, ähm... Ein bisschen durchdrehen. Der Necro-Sphinx chargst hier mal durch die, ähm... Durch die Jungs hier durch. Ne, weiter weg. Weg. Wir hatten hier nicht genug, ähm... Energie, um die platt zu machen. Nicht genug Geschwindigkeit. Und, ähm... Wie sagt man da? Momentum, ähm... Trägheit. Hier feuern wir jetzt. Dann bitte Nushabti auf die... Auf die, ähm... Truppen hier hinten. Ähm... Arkan holt sich mal die... Die Repetierer hier. Wir müssen auf jeden Fall noch die Pfeile dodgen, wenn es geht. Kriegen wir das jetzt noch? Komm. Ah, ich hätte gleich drauf chargen sollen. Weißt du was? Wir machen jetzt mal ein Spiritage of Die. Okay, und da... Da sind sie weg. Und... Die Nushabti rennen hier weiter. Vor denen weg. Die Necro-Sphinx hat die jetzt mittlerweile geshattert. Jetzt kannst du da mal rein chargen. Ähm... Arkan kommt hier... Kommt hier jetzt wieder her. Bisschen schneller als die, ähm... Schwarze Garde. Deswegen... Ich verstehe jetzt nur nicht, warum meine Nushabti hier nicht dahin rennen, wo ich sie sag. Wir müssen hier die Mapgrenze... Eigentlich müssten sie doch dahin rennen können. So, die Necro-Sphinx rennt hier weiter. Einfach durch die Jungs durch. Arkan macht das gleiche, wobei Arkan jetzt... Ah, okay, ich glaub der regeneriert sich doch nicht. Nee, wieder mal ein schlechter Charge. Und wir feuern hier weiter. Die Necro-Sphinx kommt wieder. Hier rennen wir wieder weg. So, Arkan kommt wieder von hinten. Ah, die Necro-Sphinx, warum chargst die so schlecht? Ich glaub, das liegt daran, dass sie, ähm, schon müde ist. Bisschen doof. Oder vielleicht auch, weil sie immer bergauf chargen muss. Nö. Nö. Feuern wir mal mit den Ushabti weiter. Wir teilen uns jetzt hier mal auf. Ähm. Wunderbar. Da hat die Necro-Sphinx noch ein paar gute Schläge reingeballert. Achso, die Ushabti, deswegen machen die hier nicht das, was ich ihnen sag. Weil sie auf, ähm, dem gottverdammten Plankler-Modus sind. Das ist immer so voll ärgerlich. Okay, jetzt muss ich mit Arkan aber wirklich aufpassen. Noch eine, noch ein Charge und ich bin, ich bin Geschichte. Ähm, jetzt muss man wirklich aufpassen mit Arkan. Jetzt ist fast die Überlegung, ob man die Necro-Sphinx nicht opfern sollte. Oh. Da ist Arkan gestorben. Verdammt. Ich höre mal, den Necro-Sphinx lieber wieder raus. Und die haben keine, doch, die haben noch Muni. Warum schießen sie denn nicht? Nein. War das dumm. Der Wald hat mir das Spiel gekostet. Der Wald hat mir das Spiel gekostet, Mann. Ja, okay, jetzt müssen wir ihn halt zu Todigkeiten, aber meine, meine Truppen, ähm, crumblen halt leider schon. Oh nein, die Necro-Sphinx ist gestorben und Arkan. Der letzte Charge, den ich gemacht habe, wenn ich den nicht gemacht hätte, dann, dann hätte ich vielleicht wonnen. Wenn, wenn, wenn Arkan jetzt noch am Leben geblieben wäre, dann hätte ich auch noch ein bisschen Magie einsetzen können. Verdammt. Weg. Hier schießt man. Oh nein, er hat einen von meinen Schabtis getötet. Und das war's. Ja, verdammt. Aber man muss seine Niederlage auch mal zugeben können. Mein Gegner hat einfach auch gut gespielt. Und, jo, so kann's nur mal gehen. Den Kampf werden wir auch wahrscheinlich verlieren. Achso, ich hatte, genau, ich hab die auch nicht mehr beschworen gehabt. Okay, wir haben hier seine schwarze Garde zur Flucht gezwungen im Nahkampf. Wir haben noch acht Ushabtis übrig. Die sollen jetzt aber mal lieber auf die hier feuern. Wenn die hier wieder kommen, wäre es halt auch scheiße. Aber ich meine, jetzt ist es wichtiger, dass wir hier mal das Feuer auf die reinkriegen. Das ist jetzt wichtiger, als die hier zu verfolgen, auf jeden Fall. Ich meine, der Balancebalken hier oben ist noch relativ ausgeglichen. Los, schieß doch. Jetzt sind sie am Chargen, jetzt müssen wir abhauen. Los, los, los. Ich meine, wir sind immer noch schneller als die schwarze Garde. Wir können auch in der Zwischenzeit nur die hier verfolgen. Und vielleicht auf die Weise mal unsere Charge-Geschwindigkeit ausnutzen. Aber ich werde ihm jetzt das Spiel auch nicht schenken, also das wäre ja auch doof. Wir werden jetzt hier noch niederchargen und wenn wir genug Boden zwischen uns und der schwarzen Garde hier gebracht haben, dann feuern wir weiter. Weil, ich meine, er kommt halt auch immer näher an die Armee-Verluste ran. So, weiter. Wir werden weiter. Ich will hier nicht stehen bleiben, auf gar keinen Fall. Feuer. Feuer jetzt. Geht's? Nee, die gehen in den Wald. Oh Mann, ey, was für ein Spiel. Ey, wenn ich jetzt noch Arcan hätte, der wäre schon längst weg, der Junge. So ein Müll. Aber es ist auch so, dass wir jetzt, glaube ich, eher hierhin gehen. So an den Waldesrand hier, so an diese Spitze da. Ähm, weil von da aus ist es, glaube ich, gescheiter, äh, in den Wald rein zu feuern. Ich hoffe, dass er jetzt nicht gleich, ähm, versteckt ist. Ah, schön, er hat den Vorspulenknopf angenommen, das ist gut. Ey, jeder Pfeil, der trifft, ist okay. Dann noch jede Menge Munition. Das ist kein Problem. Ja, und wenn er von uns wegwendet, das ist mir eigentlich nur recht, ganz ehrlich. Weil, äh, jede Sekunde, in der er uns nicht verfolgt, haben wir mehr Zeit, auf ihn zu schießen. Von daher ist das schon okay. Können wir nochmal eine Salve abfeuern? Nee. Nee. Können wir denn hier raus? Die hier sind wieder zurückgekehrt, die müssen wir jetzt mal chargen. So, dass wir schneller werden einfach. Dass wir schneller vor ihm wegkommen. Weiter laufen, weiter wenn. Weiter wenn, weiter wenn, weiter wenn. Oh, wir sind so schnell. Das ist unglaublich. Und ich meine, äh, beide unsere Einheiten sind halt schon völlig erschöpft. Und wir sind sogar entkräftet. Weiß ja nicht, was da besser ist. So, dreht euch um und feiern. Alter, ist das ein Match, Alter. Das ist ja Wahnsinn. So, das müsste jetzt aber langsam gewesen sein. Noch eine Salve kommen. So, jetzt wird es entschieden hier in dem Nahkampf. Der Nahkampf entscheidet jetzt das Spiel. Ich kann jetzt da nicht mehr raus aus dem Nahkampf. Keine Chance. Oh, und er gewinnt. Ah, verdammt. Okay. Aber gut gespielt. Auf jeden Fall. War ein lustiges Match. Ähm, ja. Danke an meinen Gegner Zensch. Wichtig cooles Match. Ähm. Ich hätte ihn noch besiegen können. Auf jeden Fall. Ich hätte jetzt noch weiter das Spielchen treiben können. Und noch weiter vor ihm wegrennen können. Aber, ja gut. Aber die Armee ist ganz lustig. Also, vielleicht kann man es ja mal probieren. Die Wägen sind ein bisschen enttäuschend, fand ich. Muss man mal wirklich aufpassen auf die. Aber ansonsten, ähm. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.